Heute möchte ich euch Candy Crush Soda Saga vorstellen. Wir fangen einfach mal an im ersten Level und checken das einfach mal ab. Ich mache mal ein bisschen leiser kurz und jetzt fangen wir auch einfach mal an. Erstmal checken wir hier die Lage. Oh, das wollte ich doch gerade machen, sehr schön, so läuft das, ihr kennt das ja nun mal schon wie das so funktioniert, davon gibt es ja ein paar Spiele, dann checken wir weiter. Oh, das habe ich ganz übersehen. Jetzt müssen wir weiter gucken, jetzt könnten wir den hier hinziehen. Oha, oha. Was müssen wir jetzt? Jetzt habe ich gar keine Peilung gerade. So, dann so. So, jetzt läuft das langsam. Alter, was war das für ein Move? Cool, das haben wir schon geschafft. So, der Crush. Was ist nun? Alter, was ist denn hier los? Auf jeden Fall haben wir unsere drei Sterne, das ist auf jeden Fall schon mal bombastisch. Machen wir auf jeden Fall gut Punkte. 20.000, 21.000, 22.000, 22.000, 22.000, du hast die Flaschen geöffnet. Sehr schön, so soll es auch sein. Wir gehen auf weiter. Dann würde ich sagen, spielen wir gleich mal das Level Nr. 2. Öffnen die Flaschen, damit die Limo steigt. Alles klar. Alles klar. So, dann checken wir hier weiter ab. Was sind denn das für Teile? Ach, die können wir nicht. Ah, alles klar. Jetzt müssen wir hier gucken. Ah, die können wir ja nicht tauschen. Das ist natürlich bitter. Jetzt könnten wir den hier, dann könnten wir den, den. Gut, jetzt ist er auf jeden Fall schon mal ein bisschen gestiegen. Tasty, alles klar. Lass mich überlegen. Ah, da ist die Flasche wieder. Hier ist eine Flasche, wie ihr seht. Sehr schön, wieder gestiegen. Jetzt müssen wir hier unten, haben wir eine Flasche. Jetzt weiß ich erst mal, wie das läuft. Ah, cool. Wo haben wir die nächste Flasche? Seht ihr eine? Ich sehe jetzt ja keine. Was ist denn das für ein Teil? Na, wir machen einfach erst mal weiter. Ach, hier sind so. Oh Mann, bin ich blind, Alter. Hör doch mal auf. Gut, eine Flasche brauchen wir noch. Haben wir hier noch irgendwo eine? Die Wein, was war das? Hier haben wir noch was. Alter, was ist denn das für ein Teil? Eine krasse Sache. Oh. Alter, das ist ein Witz für ein Move. Oh, der war auf jeden Fall richtig krass. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte. Ah, scheiße. Die drei Sterne haben wir leider nicht bekommen. Oder? Doch. Cool. Hat doch noch geklappt. Geile Sache. Auf jeden Fall eine Hammer App. Macht riesen viel Spaß, finde ich. Zockt sie einfach mal an. Die ist auf jeden Fall richtig genial. Geht hier immer noch ab ohne Ende. Du hast die Flaschen geöffnet. Sehr schön. Auf jeden Fall richtig cool. Level 2 haben wir 50.780 Punkte. Ihr könnt auf jeden Fall das auch mal abchecken und gucken, wie die App so ist. Also ich finde sie echt genial. Auf den ersten Blick. Wir probieren das gleich nochmal. Das letzte Mal würde ich sagen. Ich weiß nicht. Ich kombiniere vier Bonbons im Quadrat für einen Fisch. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Wir brauchen jetzt vier im Quadrat. Da haben wir einen Fisch. Alles klar. Das ist ja cool. Cool wie Sau. Haben sie sich auf jeden Fall bei Dude einfallen lassen. Das gleiche können wir hier oben auch machen. Was nehmen wir jetzt? Ich würde sagen. Ich habe ja keine Peilung gerade. Was ist denn das für ein Ding? Damit wisse ich jetzt gerade Januscht anzufangen. Habe ich jetzt einen Filmriss hier oder was ist los? Alter was war denn das jetzt? Gut jetzt müssen wir mal gucken. Ah hier den können wir weg machen. Und jetzt ist es auch schon los. Jetzt können wir auf jeden Fall anfangen zu zocken. Jetzt haben wir ein paar Steine. Cool. Fängt ja gut an. Das knallt und platzt hier. Alter geile Sache. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein paar Punkte geholt. Jetzt können wir auch weiter zocken. Jetzt ziehen wir das Ding nochmal runter hier. und dann steigt das gleich wieder. So war nicht schlecht. Dann machen wir das gleich mal so. Dann haben wir hier den Orangen. Der Fisch ist auch frei. Okay. So dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Was könnten wir? Ah den können wir tauschen. Alter was war denn das für ein Move? So dann den nach unten. Tasty alles klar. Ah den müssen wir nach unten machen erstmal. Dann den dahin. Dann kann der nämlich nach oben. Oh der war nicht. Die Runde war auf jeden Fall nicht so doll glaube ich. Ne doch drei Sterne. Hat auf jeden Fall noch gereicht. Zum Glück. Ich habe schon nicht mehr dran geglobt. Aber hat auf jeden Fall noch geklappt. 24.100 Punkte war jetzt zwar nicht so der Burner. Aber so weit war es okay. Gut ihr könnt die App auf jeden Fall mal anzocken. Ist total genial. Ich schließe das jetzt erstmal. Wir gehen jetzt auch noch in das nächste Level würde ich sagen. Wir gucken uns erstmal hier die Benutzeroberfläche an. Also das geht auch noch. Sind wirklich ein paar Level hier. Erstmal bis Level 30. Und dann werden wir sehen wie es weiter geht. Hier können wir auch mal gucken was das geht. Hier habt ihr eine Übersicht. Alter gibt es ja mehrere Level. Alter das ist krass. Das ist auf jeden Fall krass gemacht. Coole Überlegungen finde ich optisch auch ja nicht so verkehrt. Hier kann man Nachrichten schreiben. Sich mit Facebook verbinden und und und. Gut also ich finde es erstmal ganz cool soweit. Hier kann man ein bisschen was einstellen. Gut ihr könnt es ja mal anzocken. Könnt mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr die App jetzt durch mich kennengelernt habt. Oder ob ihr die schon vorher kanntet. Also ich finde es auf jeden Fall genial. Macht auf jeden Fall riesen viel Fun. Das Ganze Sicher geklingelt. Dann wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschöööö. Untertitelung des ZDF, 2020